Sie zählen zu einem von diesen ganz grossen Schweizer Trümpfen, nebst Jean-Marc Berset und Heinz Frey in dieser Kategorie. Was traut ihr euch persönlich zu oder eure persönliche Zielsetzung? Oder verschwiegt man die jetzt lieber, weil man eben so viele andere starke Schweizer Trümpfe hat? Nein, nein, die kann man schon sagen. Man muss ja kommunizieren, dass man wirklich daran glaubt und dass man das auch wirklich schafft. Ich habe schon das Ziel, aufs Podest zu fahren. Auch beim Zipfahren oder im Strassenrennen. Ihr persönlich seht ihr die Chancen im Strassenrennen, wieso? Ähm, wieso? Die anderen sind stärker geworden im Zipfahren über die vergangenen Jahre. Ich bin vielleicht taktisch besser geworden und vor allem beim Anstieg bin ich besser geworden in den Anstiegen. Aber das Strassenrennen geht über 60 Kilometer. Das ist eine sehr lange, sehr schwierige Strecke in Brönzetsch. Es geht hoch und runter. Was braucht es denn, um am Schluss ganz vorne dabei zu sein? Ja, da braucht es sehr vieles. Man muss sehr wach bleiben, weil es geht sehr schnell, wenn mal ein Loch aufgeht. Es ist technisch schwierig. Es ist eine sehr schwierige Kurve dort, wo es in Anstieg eingeht. Und wenn man dort nicht aufpasst und vielleicht hinten ist, beim Einfahren vergeigert man es vielleicht so. Also man muss sehr aufpassen, ja. Das Feld wird im Strassenrennen nicht sehr gross sein. Zwölf Athleten vielleicht, etwa einer mehr oder weniger vielleicht. Wie muss man sich das Rennen denn aus Schweizer Gruppen taktische Gründe vorstellen? Wie werden denn da die dritten Höhe in das Rennen steigen? Ja, das ist natürlich ein Riesentrumpf. Drei Fahrer aus der Schweiz von einem Feld von zwölf. Wir werden immer gegenseitig wechselnd attackieren, um die Franzosen vielleicht ein bisschen Mühe zu machen. Die müssen dann immer mit und die anderen zwei von uns zwei können sich dann zurücklehnen und mitfahren. Das wird unsere Taktik sein, ja. Die Paralympics laufen dort schon länger. Habt ihr mitbekommen, wie es im Schweizer Team gelaufen ist? Ja, natürlich. Ein bisschen durchgezogen mit einem Highlight von Edith Wolff. Ja, und es ist eigentlich noch schwierig, manchmal auch an Schuhe zu bleiben und die Wettkämpfe immer zu folgen, weil es ist nicht so einfach. Einerseits will man sich fokussieren auf das eigene Rennen und auf die andere Seite will man natürlich auch gerne einen Teil haben an den anderen. Ja. Habt ihr das Gefühl, der Druck auf eure Händbiker steigt damit, dass die Schweizer jetzt noch nicht so abgeräumt haben? Ja, Druck nicht. Ich glaube es nicht. Nein. Wir sind alle gut am Mut. Wir haben gute Leistung im Vorfeld. Und denken schon, dass wir sicher eine Medaille schaffen. Und zwar sicher eine goldige, hoffentlich mal.